Pringels in Dänemark sind viel teurer als in Deutschland, das glaube ich dir nicht. Wir fahren jetzt ins Supermarkt und kontrollieren das. Mal sehen, ob du recht hast. Es schneit. Okay, uninteressant. Der Supermarkt ist 35 Minuten entfernt, da fahren wir jetzt hin und gucken extra mal nach, ob es klappt. Na, Oma? Ja. Und es schneit. Wir sind jetzt beim dänischen Lidl gelandet, mal sehen, wie teuer hier die Pringels sind. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich suche und suche und suche, aber ich finde die Chips nicht. Wo sind hier die Pringels? Mann. Ewigensuchen habe ich endlich Pringels gefunden, die kosten 26 Kronen, das sind ungefähr 4 Euro. 4 Euro für Pringels, ist das in Deutschland genauso teuer oder nicht? Schreib mal in die Kommentare. Schreib mal bitte rein, was ich als nächstes testen soll, hier im Ausland. Let's go.